Mein Name ist Lara Jean. Meine Liebesbriefe sind meine geheimsten Besitztümer. Diese Liebesbriefe schreibe ich immer dann, wenn ich so verknallt bin, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Liebesbriefe? Wie langweilig! Wisst ihr, worauf ich stehe? Russisch Roulette! Eine Waffe, eine Patrone und am Ende hat jemand ein Loch im Schädel! Midari, du bist genauso verrückt wie mein Vater, Trigon. Aber obwohl ich als seine Tochter Teil der dunklen Prophezeiung bin, wurde ich ein Titan und habe meinen Vater hinter mir gelassen. Wow, das klingt nach einer richtigen Auseinandersetzung. Damit kenne ich mich aus. Klar, alle machen sich ständig über die deutsche Gründlichkeit lustig, aber ha ha, lacht nur, während ihr mein ganzes Zeug benutzt. Am Ende gewinnen ich und meine Robos. Ach Mädels, am Ende geht es doch darum, dass man seinen Träumen folgt. So wie Tammy Thompson, die immer Sängerin in Nashville werden wollte. Und sie hat es geschafft. Sie ist Sängerin. Allerdings klingt sie immer noch wie ein Mappelt. Ab kindern sie durch ... So wie MAN sein, dass du sein, dass du vorwandosierst. Untertitelung des ZDF, 2020